So meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Michael Anetto, Episode 31 von Mein Krypto-Experiment. Ja, das war oder ist eine ziemlich starke Woche gewesen von Bitcoin. Und wir sehen, das neue Allzeithoch wird anvisiert. Wir sehen auch, die meisten Regierungen haben Finanzprobleme. Wir sehen auch Ägypten, Lateinamerika, beziehungsweise auch Nigeria, auch ein Teil Afrikas, sehr, sehr große Probleme. Die Inflation steigt in die Höhe. Der Stimulus-Check kommt auch im Dezember, höchstwahrscheinlich 2020, nach der Wahl von Donald Trump und von Joe Biden. Und natürlich wird sich natürlich zeigen, wo das Geld hinfließt. Und außerdem schauen die meisten Menschen nicht einmal, wie sie ihr Geld vermehren können, sondern wie sie ihr Geld beibehalten können. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, beziehungsweise in den letzten Sekunden in Ägypten, in Lateinamerika etc., gibt es gerade extrem hohe Inflationen und Menschen suchen nach neuen Alternativen. Ich habe mir natürlich den Markt angesehen. Ich bin natürlich sehr, sehr oft am Rechner. Ich analysiere die Preise, beziehungsweise ich schaue mir natürlich so an, wie die Altcoins performen. Und ich entschied mich dazu, antizyklisch vorzugehen. Weil wir sehen natürlich auch, dass der Bitcoin extrem stark gewachsen ist. Höchstwahrscheinlich wird der Bitcoin noch stärker wachsen in den nächsten Tagen. Und kurzfristig kann es vielleicht eine schlechte Entscheidung sein, aber mittels bis langfristig kann das vielleicht sehr, sehr profitabel werden. Ich zeige dir selbstverständlich auch meine Ergebnisse, beziehungsweise in welchen Maßnahmen ich investiere, wie meine Strategie ausschaut. Weil natürlich muss man sich auch richtig positionieren, weil der Bitcoin dreht jetzt voll am Rad. Und wir schauen uns das Ganze selbstverständlich an. Ich habe schon zu viel geredet. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, gibt es noch eine Kryptoverlosung. Und deswegen würde ich schon mal vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht es weiter. Es ist nun endlich offiziell. Bitcoin und drei weitere Kryptowährungen sind in Kürze auf Paypal handelbar. 26 Millionen Händler und insgesamt 346 Millionen aktive User erhalten dadurch direkten Zugang zu Kryptowährungen. Kurz nach dem offiziellen Statement stieg der Kurs der Paypal-Aktie innerhalb von wenigen Minuten um über 3% auf 179 US-Dollar. Paypal selbst hat eine offizielle Lizenz von dem Finanzministerium des Staates New York erhalten. Diese Kryptowährungslizenz ermöglicht es Paypal, digitale Währungen auf seiner Plattform anzubieten. Paypal nähert die Hoffnung, dass sich Kryptowährungen nun schneller im Mainstream etablieren. Ab Anfang 2021 können Paypal-Kunden ihre Kryptos als Zahlungsmittel nutzen, um bei den 26 Millionen Händlern von Paypal auf der ganzen Welt zu bezahlen. Laut den Zahlungsanbietern werden Händler in der Lage sein, ihr ausgewähltes Guthaben in Kryptowährungen sofort in Fiat-Währungen zu tauschen. Außerdem sollen die Händler dabei nicht der Volatilität der Kryptowährungen ausgesetzt sein und auch keine weiteren Gebühren zahlen müssen. Diese Nachricht ist zwar eine super Nachricht für den Kryptomarkt, jedoch sollte man sich die zwei Seiten der Medaille ansehen. Das heißt, jeder Nutzer ist von einer Drittpartei abhängig und es wird keine Gefahr von Peer-to-Peer-Transaktionen bzw. Übertragungen geben, da die Transaktion selbst Paypal übernimmt. Schlussendlich ist es gut fürs Mainstream und die Preise, jedoch nicht besonders positiv für die Dezentralisierung und Anonymität. Der Bitcoin hat gestern bzw. in den letzten Stunden die 12.000 Dollar-Marke geknackt und befindet sich jetzt auf dem Weg, die 13.000 Dollar-Marke zu erreichen. Analysten meinen, dass der Bitcoin in den nächsten Tagen eine starke Bewegung in Richtung 17.000 US-Dollar machen könnte. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis der Bitcoin sein Allzeithoch in Höhe von 20.000 US-Dollar übertrifft. So wie es ausschaut, ist die Aufmerksamkeit voll auf den Bitcoin gerichtet und das ist auch der Grund, warum die Altcoins derzeit schwächeln. Wie ich dir anfangs schon sagte, werde ich in den nächsten Monaten etwas antizyklisch vorgehen und mir Altcoins kaufen, die meines Erachtens derzeit unterbewertet bzw. günstig zu kaufen sind. Sollte dann eine Altseason kommen, werde ich dann im Hoch einige Coins verkaufen, um mir wieder die Bitcoins sichern zu können. Hierzu muss man ganz klar sagen, ein solches Vorgehen kann von Erfolg gekrönt sein, es kann jedoch auch zu herben Verlusten führen. Denn dabei wird eine wichtige Regel ausgeblendet. The trend is your friend. Wer sich mit seinem Investment gegen den vorherrschenden Trend wendet, sollte mentale Stärke besitzen und gute Gründe haben. Du solltest dich darüber vergewissern, ob du über das notwendige Selbstvertrauen verfügst, auf einen Coin zu setzen, der sich in einer deutlichen Schwächephase befindet. Hieraus wird deutlich, dass der psychologische Aspekt des antizyklischen Anlegens auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Hierzu braucht es gute Nerven und Selbstdisziplin, um einige wichtige Regeln zu beachten, vor allem unter dem Aspekt, dass diese Vorgehensweise oft mit einem langfristigen Anlagehorizont von bis zu mehreren Monaten bzw. Jahren verbunden ist. In den nächsten Sekunden zeige ich dir meine antizyklische Krypto-Anlagestrategie, die Coin-Updates sowie auch Masternode-Coins, auf die ich langfristig setzen werde. Den ersten Coin, den ich heute anspreche, ist Snowjam. Snowjam wird in den nächsten Tagen nicht mehr so heißen, sondern wird umbenannt auf den Namen Tent. Tent an sich wird eine neue Homepage besitzen, ein neues Design sowie auch ein anderes Logo. Die Coin-Spezifikationen sowie auch das Wallet bleiben gleich. Laut dieser Homepage wird Tent in genau 52 Tagen gelauncht. Tent wird eine Plattform besitzen, bei der Kryptowährungen ganz einfach via Debit oder Kreditkarte eingekauft werden können. Die Plattform kann auch als eine Art Exchange bezeichnet werden. Zusätzlich werden auch dieses Jahr die Debitkarten von Tent erscheinen. Die Debitkarte wird dann direkt mit der Tent-Applikation verbunden und somit ist es möglich, auch Kryptowährungen in Fiat umzuwandeln. Die positive Nachricht ist, dass die Tent-Debitkarte eine internationale Superlizenz besitzt und somit jeder Mensch das Recht hat, diese Karte zu bestellen. Ausgenommen Nordkorea und weitere Länder. Tent hat seit März 2020 fantastisch performt. Kling von 1 Cent auf über 6 US-Dollar-Cents. Jetzt scheint Tent wieder auf sein altes Allzeithoch abzielen zu wollen. Sollten die Debitkarten und die neue Plattform erscheinen und tadellos funktionieren, so gehe ich davon aus, dass der Preis sich mittelfristig gut entwickeln wird. Außerdem sind bei Tent über 66% der zirkulierenden Coinanzahl in Masternodes gelockt. Langfristig könnte also auch eine Verknappung stattfinden und der Preis exponentiell in die Höhe schießen, insofern die Nachfrage bestehen bleibt. Jedoch solltest du deine eigene Recherche betreiben und nur das investieren, was du bereit bist vollständig zu verlieren. Und jetzt schauen wir uns meine Ergebnisse bzw. passiven Einkünfte an und was ich genau mit Tent in den nächsten Monaten vorhabe. So mein Link, hier schauen wir uns mal meine Snowjam Wallet an, die wird dann in 52 Tagen Tent heißen. Und ich habe jetzt mittlerweile über 220.000 Coins. Auf der linken Seite kannst du es sehen. Ich habe in meiner Transparentenadresse über 200 Snowjams. Und ich habe es schon gesagt gehabt in meinem letzten Experiment, dass ich mir eine neue Masternode gekauft habe. Das war die von Snowjam. Also ich habe jetzt mittlerweile 22 Masternodes. Und ich bekomme hier am Tag ca. 160 Coins. Und wenn wir jetzt einen Rechner rausholen, und zwar wenn wir jetzt die 160 Snowjams am Tag nehmen, wenn wir das jetzt mal 30 nehmen, wären es 4.800 Snowjams. Wenn wir das jetzt mal 0,041 ausrechnen, das ist jetzt der aktuelle Preis für einen Snowjam, dann hätten wir insgesamt 196 US-Dollar jeden Monat passiv. Und das ist jetzt stetig steigend, weil ich werde mir jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten viel, viel mehr Masternodes kaufen. Weil ich bin der Meinung, dass die Karte rauskommt. Ich bin der Meinung, dass die Tent App auf jeden Fall ein Erfolg sein wird. Und wir sehen es ja auch anhand der Kryptowährungsbranche, der Nische, dass die jetzt extrem stark gepusht wird. Deswegen denke ich, da hat Snowjams sehr, sehr gute Karten. Wir können uns jetzt zum Beispiel hier einmal auf Transaktionen ansehen, was passiert ist. Wir sehen jetzt beispielsweise, hier kommen auf täglicher Basis mehrere Coins rein. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel am 21. kamen viele verschiedene Stakes rein. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Es sind sogar 190 Coins reingekommen an einem Tag. Aber ich rechne immer so einen Schnitt aus, also das heißt so zwischen 160 und 180 Coins. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Transaction Summary von 180 in den letzten 24 Stunden. Das Wallet kannst du dir herunterladen, das geht sehr, sehr schnell. Dann lädt man die Bootstrapper runter und dann kannst du die Masternode starten. Das kannst du gerne auf www.cryptoselfy.com. Unter diesem Video findest du den Link. Da gibt es auch in der Videobeschreibung diesen Link, wie du eine Snowjams Masternode hostest. Was natürlich extrem wichtig zu wissen ist, dass wir in diesem Markt sehr, sehr geduldig sein sollen. Ich bin jetzt zum Beispiel bei Snowjams eingestiegen. Da war der Coinpreis bei ca. 1,5 Cent. Da war es mal 1,8 Cent, dann 2 Cent. Ich habe immer und immer wieder investiert, bis der Coin dann auf 6 Cent war. Aber ganz wichtig ist geduldig zu sein, weil wenn du nicht geduldig bist, dann kannst du sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Natürlich sind das kleine Unternehmen, Startup oder Finti-Unternehmen, die sich natürlich noch etablieren sollen, weil es gibt dann die großen Giganten, wie jetzt zum Beispiel, jetzt kommt Paypal mit den ganzen Kryptowährungen, Integrationen etc. Wir sehen zum Beispiel Crypto.com, wir sehen Swipe etc. Und da kommt natürlich so ein kleiner, der Snowjams heißt bzw. Tent und möchte sich da durchsetzen. Natürlich ist es nicht ganz einfach, aber ich sehe da so auf jeden Fall eine gute Chance. Und Snowjams kann sich da ein kleines Stück vom Kuchen abschneiden. Wir sind, wenn wir das jetzt langfristig betrachten, noch ganz, ganz am Anfang, was das Ganze angeht, mit Kryptowährungen, Massenadoption und Co. Deswegen gebe ich auf jeden Fall Snowjams einen Shot. Und wie gesagt, wenn du dann deine Masternode hosten möchtest, dann gibt es unter diesem Video einen Link. Da kannst du deine Masternode auf CryptoServe mit hosten. Und auch eine Videobeschreibung, wie du deine Snowjams Masternode hosten kannst. Aber das war es jetzt mal von mir zu Snowjams. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Coin. Die nächste interessante Masternode, in der ich investiere, ist Syscoin. Syscoin ist ein Coin, das eine schnelle, skalierbare Blockchain besitzt. Zudem bietet die Syscoin-Plattform vertrauenswürdige Interoperabilität mit Ethereum ERC20, Token und Asset Mikro Transaktionen sowie auch Bitcoin Core kompatible Merge Mind Sicherheit. Mit ein paar Klicks können über die Syscoin Bridge, also die Brücke von Syscoin, Syscoin Token in Ethereum Token umgewandelt werden und vice versa. Da bei jedem Ethereum basierten Token hohe Transaktionsgebühren anfallen, ist die Syscoin Bridge die perfekte Trustless Brücke, um Transaktionsgebühren zu sparen bzw. zu umgehen. Syscoin hat bekannt gegeben, dass sie die Syscoin Community weiter ausbauen werden. Das Syscoin Marketing Team hat eine neue Niederlassung gegründet, die Sprach- und Kulturbarrieren eliminiert, um die einzigartigen und wichtigen Vorteile von Syscoin nach Brasilien und in anderen Regionen Lateinamerikas zu bringen. Brasilien ist eine bedeutende Wirtschaft, in der das allgemeine Interesse an Blockchain, Kryptowährungen und DeFi rasant anwächst. Gleiches gilt für einen Großteil des spanischsprachigen Lateinamerikas. Syscoin geht davon aus, dass der Bedarf an Open Finance, die zentralen digitalen Geld und der idealen Blockchain-Plattform und Kerninfrastruktur von Syscoin dadurch wachsen wird. Diese neue SMT-Niederlassung wird verstärkt Artikel und andere Inhalte übersetzen und bewerben, neue Inhalte erstellen und an Konferenzen und Meetups teilnehmen. Weitere Bemühungen umfassen die Verwaltung der Web-Presence und der sozialen Medien für das Wachstum der portugiesisch- und spanischsprachigen Community. Diese Niederlassung wird kontinuierlich Strategien entwickeln, anpassen und das Engagement maximieren. Preistechnisch ist Syscoin derzeit am Korrigieren und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen seinen Boden finden bzw. bilden. Kurz vor seinem heftigen Anstieg hatte Syscoin einen Wert von 3,2 Cent und Stand heute kostet der Syscoin 4,1 Cent. In meinem vorletzten Video war der Preis von Syscoin noch bei 4,8 US-Dollar Cent. Ich gehe stark davon aus, dass Syscoin ca. bei 3,2 bis 3,5 Cent korrigieren und anschließend seinen Boden finden wird. Ich persönlich werde den Syscoin-Preis genau beobachten und sobald die 3,2 Cent-Marke geknackt wird, ich sofort an einsteigen werde. Fazit, Syscoin ist definitiv ein Coin, das langfristig gehalten werden kann. Sobald ich die Masternot erworben habe, werde ich selbstverständlich darüber berichten. Der nächste Coin, den ich aktuell stark aufbaue, ist Fohr. Fohr bietet genauso wie Syscoin eine skalierbare Blockchain, sowie auch schnelle und konzengünstige Transaktionen. Eines der Herzstücke von Fohr ist ihr dezentraler Marktplatz, der auch später eine integrierte dezentrale Exchange besitzen wird. Im Fohr-Marktplatz können Produkte bzw. Dienstleistungen bequem gegen Kryptowährungen verkauft werden. Diejenigen, die nicht die dezentrale App nutzen wollen, können auch über die zentrale Seite zugreifen und von dort aus ihre Waren ein- oder verkaufen. Fohr selbst wird in den nächsten Tagen auch seinen eigenen Token auf den Markt bringen, der es sich Graphen nennt. Graphen wird anfänglich ein ERC20-Token sein und wird später auf seinem eigenen Code migrieren. Um die daraus resultierenden Fähigkeiten und Skalierbarkeit seiner Blockchain zu erweitern, hat Fohr beschlossen, eine brandneue Smart Contract Infrastruktur namens Sharding einzuführen, die eine nahezu unendliche Skalierbarkeit bietet. Mit Graphen können Millionen von Transaktionen pro Sekunde in der Vor-Blockchain verarbeitet werden. Es kann eine dedizierte Shard-Blockchain für jede Anwendung ausführen und gleichzeitig die Gasgebühr praktisch eliminieren. Graphen kann auch mehrere intelligente Vertragsprotokolle verknüpfen, was einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum eines geschickten Ökosystems leisten wird. Außerdem kann Graphen auch kettenübergreifende Smart Contracts wie Tronix, EOS und Ethereum überbrücken. Fohr Graphen soll die Zukunft der DeFi-Entwicklungen sein, indem die Fohr-Blockchain näher an das DeFi-Ökosystem herangeführt wird. Fohr hat sich preistechnisch absolut tapfer gehalten und wird derzeit bei rund 1200 bis 1500 Satoshi getradet. Sein Tief hatte Fohr am 27. August 2019 bei rund 800 Satoshi. Um die größtmöglichen Gewinne rauszuziehen, ist es wichtig, Fohr so günstig wie möglich einzukaufen. Ich persönlich kaufe den Schnitt immer so bei rund 900 bis 1100 Satoshi ein und kann sagen, dass die Investition sich absolut gelohnt hat. Da ich diese Investition langfristig betrachte, sichere ich mir günstige Long-Term-Positionen und lasse meine Masternodes laufen. Wenn der Preis sich dann später verfünft oder verzehnfacht, fange ich an einen Teil der Erträge zu verkaufen. So, aber jetzt lasst uns meine Fohr-Masternodes ansehen und wir werden mal sehen, wie sich das alles entwickelt hat. So, mein Lieben, hier schauen wir uns mal meine Fohr-Wallet an und aktuell befinden sich über 40.000 Fohrs in meiner Wallet und dies entsprechen 4 Masternodes. Die restlichen Coins habe ich ins Staking geschickt, damit sie sich in der Zwischenzeit vervielfachen können. Ich bin auch gerade dabei, meine 5. Masternode zu erwerben und mein Ziel ist es, erstmal auf 10 Masternodes aufzustocken. Der Graphen-Airdrop wird in den nächsten Wochen stattfinden und deshalb möchte ich so viele Fohr-Coins wie nun möglich sammeln, um eine große Menge Graphen-Tokens erhalten zu können. Graphen-Tokens erhalten nur Menschen, die Fohrs in ihrer Wallet besitzen. Weitere Informationen werde ich in den nächsten Tagen vom Fohr-Entwickler erhalten. Für mich ist Fohr eines der vielversprechenden Coins und ich gehe davon aus, dass Fohr nächstes Jahr außerordentlich gut performen wird. Aber jetzt schauen wir uns den letzten Coin an, den ich mit der Zeit stark aufbauen werde. Lass uns also eintauchen. In diesem kurzen Abschnitt werde ich über den Coin Divi sprechen. Divi selbst wird seine eigene App diesen November als Beta-App auf den Markt bringen. Der Grund, warum ich in Divi investiert bin, ist der, weil Divi es absolut jedem möglich macht, einfach in die Kryptowelt einzusteigen und Geld zu verdienen. Die App wird an sich einige Probleme lösen, unter anderem das Kaufen von Kryptos mit der Debit- und Kreditkarte, das weltweite Transferieren von Fiat-Geldern, das Auszahlen aufs direkte Bankkonto sowie auch das Umtauschen von Fiat zu Krypto und Krypto zu Fiat. Die Gebühren werden im Gegensatz zu MoneyGram Investor Union erheblich günstiger sein. Das heißt, dass Divi der Konkurrenz nicht nur die Stirn bieten wird, sondern sie innerhalb kürzester Zeit überholen kann. Nick, der Co-Founder von Divi, zeigte in einem Live-Video, wie schnell es geht, mit einer Divi 2.0 App-Coins auf eine andere App bzw. Wallet zu transferieren. Die App an sich funktioniert reibungslos. Es werden noch Kleinigkeiten getestet, bevor die App an den Start gehen kann. Die Divi App wird an sich wie eine Online-Banking-App laufen, mit der man zusätzlich weltweite E-Band-Redaktionen versenden kann. Preistechnisch hat Divi diese Woche etwas nachgelassen und ging runter auf ca. 254 Satoshi. Dies gibt natürlich Investoren, in den Spielraum günstiger einzusteigen. Bei Divi hat sich an sich nichts geändert, außer eben der Preis. Da ich antizyklisch denke, werde ich jetzt wieder anfangen, Divis einzukaufen, bis dann eben der nächste Altcoin-Hype kommt. Sollte Divi dann erneut auf seinen Allzeithoch abzielen, so werde ich die Erträge nach und nach verkaufen, um mir die Bitcoins zu sichern. Doch eines steht fest, solange der Satoshi-Preis sich bei rund 200 und 250 Satoshi bewegt, werde ich weiterhin Divis ansammeln und neue Masternode starten bzw. staken. Mein Ziel ist es, langfristig auf die größtmögliche Masternode aufzustocken. Für eine Diamond Masternode braucht man insgesamt 10 Millionen Divis und ich denke, dass ich die 10 Millionen in den nächsten 6 Monaten erreichen werde. So, aber jetzt schauen wir uns mal meine Ergebnisse bzw. was sich so in den letzten Tagen getan hat. So, meine Lieben, wir sehen uns mal meine Divi-Deskup-Bolle an. Wir sehen hier auf der linken Seite 4,3 Millionen Divis, auf der rechten Seite hier 1495, also ich werde die gleichen Staking schicken. Und ich habe jetzt mal ein bisschen meine Strategie verändert, was das Ganze angeht mit den Masternodes von Divi etc. Und ich werde dir jetzt auch gleich erklären, warum, wieso und weshalb. Es hat sich im Hintergrund was geändert gehabt am Setup von Divi. Also das heißt, ich musste die Masternode neu starten und ich hatte sehr, sehr viele Silver Masternodes, ich hatte ein paar Körper Masternodes, ich hatte eine Gold usw. Dann habe ich mir überlegt, hey, wenn ich die Masternode jetzt schon neu starten muss, dann mache ich das einfach so, dass ich eine Platinum starte, also eine 3 Millionen Note, dann eine Gold Note und eine Silber Note. Das sind insgesamt 4,3 Millionen Divis, weil die größere Note natürlich ein bisschen mehr ausschüttet. Das heißt, man bekommt mal, sagen wir mal, mehr Rewards im Großen und Ganzen. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt eine 3 Millionen Note oder 30 Copper Notes, was ist besser? Ich würde mich für eine Platinum Note oder Platinum Note entscheiden. Also das heißt, wenn du nicht so viele Coins hast, nimm dann lieber die großen Tears anstatt die kleinen. So, jetzt lass uns mal anschauen. Also im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung, es läuft alles wieder reibungslos, aber natürlich habe ich jetzt 5 Tage keine Rewards bekommen. Klicken wir mal auf History und wir schauen uns mal die Rewards an. Also das heißt, ich habe hier am 21. ich habe hier 4 Rewards erhalten. Also das heißt, wie du hier sehen kannst, ich habe jetzt 5 Tage keine Rewards erhalten. Das heißt, ich muss mich jetzt mal für ein paar Tage gedulden, bis das Ganze jetzt so richtig ins Rollen kommt. Aber wie ich das hier so sehe, mit 4,3 Millionen, also mit einer Platinum Note, Gold Note und mit einer Silber Note, müsste ich so circa, wenn ich jetzt nicht schlecht rechne, so circa 9 mal 495, also insgesamt knapp 4.455 Divis am Tag erhalten. Wenn wir das jetzt mal 30 nehmen, dann wären das insgesamt 133.650 Divis im Monat, was gar nicht mal so schlecht ist. Der Divi-Preis hat etwas korrigiert, aber wenn wir jetzt mal 0,034 nehmen, dann wären es trotz alldem 4.544 Dollar im Monat und das ist passiv. Und Divi ist jetzt extrem günstig und ich habe mir jetzt gerade mal überlegt, hey, ich habe jetzt die Coins am Staken, ich habe jetzt diese ganzen Masternodes und ich möchte jetzt die ganzen Coins, die ich jetzt verdiene, einfach rüber ins Staking schicken, damit dann immer und immer mehr gestakt werden können. Und aus diesem Grund möchte ich dir auch gleich zeigen, was ich so in den letzten Tagen so mit meinem Staking-Account getan habe bei Divi. Deswegen, lass uns eintauchen. So, meine Lieben, hier schauen wir uns mal meine andere Divi-Destable an. Wir sehen, ich habe hier auf der linken Seite 42.639 Divis. Die häufen sich an und wie du sehen kannst, ich schicke da immer und immer wieder neue Divis. Ich habe jetzt zwar kein, wie sagt man, kein Druck oder sonstiges, aber ich werde jetzt die 1.500 Divis auch gleich rüber schicken und es werden immer und immer mehr. Und mein Ziel ist es erstmal so, zwischen 300.000 und 500.000 Divis zu staken, damit so jeden Monat so das Passive reinkommt. Das Interessante dabei ist, wenn man zum Beispiel stakt, auch man direkt an der Lotterie teilnimmt, das was eine Masternode dann nicht kann, weil, ja, die Divi-Entwickler sich einfach dazu entschieden haben, die Leute, die staken, die bekommen dann natürlich auch die Möglichkeit, an der Lotterie teilzunehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ich habe hier am 15. Oktober 418 Divis erhalten und das ist schon ein Lotterieticket und das wird dann automatisch von der Blockchain ausgewählt. Jede Woche gibt es dann Coins zu gewinnen, Platz 1 bekommt 252.000, Platz 2 bis Platz 11 bekommt 25.200 Coins jeweils, was gar nicht mal so schlecht ist. Deswegen halte die Augen offen, wenn es dich interessiert, du kannst gerne eine Divi-Masterung starten oder selbstverständlich auch Divi-Staken. Fazit von mir, Divi hat meines Erachtens Potenzial. Wir werden jetzt mal sehen, was so mit dem Preis passiert, aber dennoch bin ich sehr, sehr optimistisch, unabhängig davon, wie der Preis aktuell steht, weil ich sehe natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt auch wieder in Divi nochmal neu einzusteigen, weil ich habe natürlich auch im Hoch ein paar Rewards verkauft und jetzt habe ich natürlich die Bitcoins und man kann jetzt auch günstiger einkaufen. Deswegen halte die Augen offen, die App kommt im November, das heißt, ich zeige dir natürlich auch in diesem Video ein paar Screenshots, wie das Ganze funktioniert. Es ist ziemlich, ziemlich spannend, weil man kann jetzt zum Beispiel auch Litecoins einkaufen, Divis einkaufen, Bitcoins einkaufen mit der Kredit- und Debitkarte. Man kann also ziemlich, ziemlich viel machen. Ich freue mich ziemlich stark drauf und wir werden mal sehen, wie sich Divi auch in den nächsten Monaten entwickelt, wenn dann die Debitkarte und so weiter rauskommt. Also ziemlich, ziemlich starkes Projekt, halte Divi auf jeden Fall auf dem Schirm und ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt auch gleich weiter mit der Kryptoverlosung. So, jetzt meine Lieben, lasst uns weitermachen mit der neuen Kryptoverlosung und zwar, ich werde jetzt diesen Link mal nehmen von Episode 30 war das. Wir gehen mal auf YouTube Comment Picker und ganz, ganz wichtig, like mal dieses Video, weil wir sind jetzt bei 68 Likes. Ich würde mich ziemlich, ziemlich stark freuen, wenn wir über die 100 Likes kommen. Das ist ja schon ein Meilenstein. Wir gehen jetzt mal auf YouTube Random Picker. Wir klicken mal auf diese YouTube URL. Wir klicken dann mal auf Get YouTube Comments. Vielen lieben Dank erstmal für euer Support. Wir haben jetzt auch die 2500 Abonnentenmarke geknackt. Jetzt geht es hoch auf die 3000. Ich klicke jetzt mal auf Start und wir werden mal sehen, wer heute gewonnen hat. Jan Hartmann, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 500 Divis gewonnen. Die Divis gehen gleich raus. Happy Earnings. Mach was draus. Und jetzt würde ich mir vorschlagen, wir machen gleich weiter mit der neuen Verlosung. So, mein Lieben, ihr habt die Möglichkeit, bei dieser Verlosung 500 Divis zu gewinnen. Was ist zu tun? Nr. 1, like diesen Stream. Nr. 2, kommentiere mit, ich möchte. 500 Divis plus deine Adresse. Nr. 3, teile diesen Stream. Nr. 4, abonniere meinen Kanal, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Und außerdem, wenn du gewinnst, bekommst du noch einen Gratis-Kredit obendrauf für das Masternode-Hosting auf Crypto Selfmade. So, mein Lieben, das war es von mir. Ich hoffe, dir dieses Video gefallen. Wenn dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Und ich bin jetzt schon ziemlich, ziemlich happy, weil ich die 2500 Abonnenten erreicht habe. Ich bin jetzt natürlich bemüht, auch mehr und mehr Videos rauszubringen zum Thema Masternodes. Und wenn dich was interessiert, dann schreib es rein unter diesem Video. Da gibt es ein Kommentarfeld. Schreib einfach rein, welche Masternodes dich interessieren. Da kann ich sie gerne analysieren, beziehungsweise auch meinen Zenf dazugeben. Und Fazit zu der ganzen Geschichte. Also wir sehen jetzt aktuell, wir haben ziemlich, ziemlich starke Probleme weltweit. Die Pandemie, die hält weiterhin an. Menschen haben ziemlich, ziemlich viel Panik. Aber wir sehen es auch anhand den Bitcoin-Zahlen, beziehungsweise dem Bitcoin-Wert. Der Bitcoin steigt in die Höhe. Und höchstwahrscheinlich wird es auch der Fall sein, dass der Bitcoin demnächst auch die 15.000 Dollar Marke, dann die 17.000 Dollar Marke erreicht und dann auch irgendwann mal sein Allzeit hoch. Aber im Großen und Ganzen sage ich dir auch, ich bin nicht ganz scharf darauf, dass das Ganze sehr, sehr schnell steigt. Weil das Ganze muss auch gesund wachsen. Und wenn dann die institutionellen Investoren kommen, beziehungsweise Paypal jetzt mit seiner Integration von den Kryptowährungen, dann ist das absolut in Ordnung. Das ist vollkommen okay. In Bezug auf dem antizyklischen Verhalten, wie ich das jetzt so mit den Masternodes mache. Also ich sehe ziemlich starkes Potenzial bei den Masternodes. Wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin nach oben geht, dann wäre das ziemlich, ziemlich blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen US-Dollar oder mit meinen Euros Bitcoins einkaufe. Wäre zwar eine Option, aber ich sehe auch gerade, dass die Altcoins bluten, beziehungsweise die Altcoins korrigieren. Und dann schaue ich mir zum Beispiel an, hey, jetzt gibt es gerade zum Beispiel Divi im Angebot, beziehungsweise eine Schnäppchenaktion. Da kaufe ich immer und immer wieder nach und stake die Coins. Das gleiche kann auch mit Fonds passieren, das gleiche kann mit CISCOIN passieren. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass ein Coin 20, 30% verliert und ich natürlich, sagen wir mal, an diesen Coin glaube, und wenn ich denke, dass der Preis irgendwann mal oder langfristig wachsen kann, dann investiere ich in diesen Coin. Also ich halte nur Coins, die ich auch wirklich, sagen wir mal, für mehrere Jahre halten kann, wie zum Beispiel jetzt Divi, wie zum Beispiel jetzt CISCOIN, PFO, etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Fonds investiere, dann weiß ich ganz genau, hey, diesen Coin kann ich für fünf Jahre halten. Das ist halt eben so meine Strategie. Und wenn du irgendwelche Fragen haben solltest unter diesem Video, findest du selbstverständlich all meine Kontaktdaten. Da kannst du mich jederzeit kontaktieren und mich befragen. Und ich wünsche dir an sich alles alles Gute. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns in Episode 32, beziehungsweise am Freitag, 21 Uhr, da ist wieder Crypto Friday Zeit. Schalte ein, da bin ich mit dem Andreas wieder live. Und wir nehmen dann die ganzen Coins. Wie sagt man, nehmen die ganzen Coins auseinander, analysieren die Masternode-Nische und geben euch die besten und beziehungsweise die neuesten News oder Updates. Und an dieser Stelle wünsche ich dir alles alles Gute. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Dein Michelin Network und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.